Je weniger Blockaden, das wir haben, desto besser fließt es. Und dieser Hintergrund ist real. Das ist echt. Wir sind hier auf 2400 Meter Seehöhe und das hat sich gerade ergeben. Ja, Zufälle ergeben sich halt einfach gerade. Je weniger Blockaden, desto besser fließt es. Erstes Beispiel. Er hat einen Mitarbeiter gesucht und er hat Händeringen gesucht. Er hat alles gemacht, er hat alles unternommen, hat Inserate gemacht, hat Agenturen angestellt, hat Kampagnen gemacht, nichts hat funktioniert. Dann haben wir gemeinsam gearbeitet und wir haben gesehen, oi oi, da sind einige Blockaden in Betrieb. Und er hat seine Blockaden gelöst. Das war übrigens sehr, sehr einfach. Er hat nicht nur einen Mitarbeiter gefunden, er hat vier Mitarbeiter gefunden. Aufwand fast null. Unglaublich, nicht wahr? Zweites Beispiel. Er hat ein Unternehmen und da waren acht Geschäfte. Und die sind nicht besonders gut gelaufen. Heißt, er war komplett pleite. Er war kurz vor dem Konkurs. Er hat erkannt, was ihn blockiert, was ihn hindert, erfolgreich zu sein. Jetzt hat er ein Geschäft und halte dich fest. Er verdient jetzt mehr als je zuvor. Er freut sich täglich. Das ist unglaublich. Und ein drittes Beispiel habe ich für dich. Ich hätte noch viele. Noch ein drittes Beispiel. Sie hat keinen Lebenspartner gefunden. Sie hat sich wahnsinnig schwer getan. Hat alles unternommen. Hat nichts funktioniert. Sie hat erkannt, warum es nicht fließt. Und dann auf einmal hat sie genau das gefunden, was sie sich niemals hätte vorstellen können. Unglaublich, nicht wahr? Und übrigens, diese Tiere hier sind absolut im Fluss. Da blockiert im Moment gar nichts. Schau mal das an. Da ist nicht mal ein Zaun. Gar nichts. Und je weniger Blockaden, das wir haben, desto besser fließt es. Es fließt uns alles zu, was wir brauchen. Und dir und jedem. Darum, schau deine Blockaden an, löse sie und lass fließen. Schön, dass du dabei warst. Und wir sehen uns. Ich hoffe, beim nächsten Video. Bis bald. Servus.